Hallo Kinder, ich habe heute schon das vierte Video am drehen hier, weil mir das langweilig ist, ich hasse die Samstags, auch wenn es Wochenende ist und keine Schule. Ich hasse wirklich Samstags. Und zwar, weil ich wirklich, seit ich lebe Samstags habe ich noch nie in meinem Leben was gemacht. Ja, okay, doch, ich fahre vielleicht mal auf Geburtstag und spiele heute, gehe ich auch wieder auf dem Geburtstag von einem Onkel, der ist fertig geworden, habe ich lebe, oh, das Beste, ja, verstehe ich richtig gut, Spaß und ist immer für mich da. Ja, ich suche kurz dieses Kuscheltier, was ich noch mal als ich geboren habe, aber ich finde es gar nicht. Naja, ähm, ja, also ich wohne sehr nah an der Straße, vielleicht kann man dieses Rauschen der Autos schon wüten. Ja, ich schaffe das echt, ich bin so schäfig. Und, ähm, ja, ich kann ja noch so ein bisschen über mich erzählen, ja. Ich bin Lars Schmeinbach, bin 11 Jahre alt, gehe auf die Realschule Hippel, komme aus Kummersbach, nähe Köln. Ähm, ich bin Fan von mir, nein, von meiner Familie und von Fußball und Handball. Weil, ähm, meine Hobbys sind Handball spielen, Fußball, Basketball, ähm, Leichtathletik und noch viele andere Sachen und so weiter halt. Musik kann auch gerne werden und ich gehe auch gerne Fahrrad fahren und so, eine Fahrradtour nach Oberrad oder sowas von Köln. Und, ähm, also mein Lieblingsessen ist Pizza und, ähm, ja, Pizza und Dünner und so. Und Nudeln war eigentlich sehr viel und aus Salaten und so mal Köln. Fleisch bin ich auch so hin und frischig. Ja, Fleisch fress ich. Ohne Fleisch geht nicht, ja. Ich hasse zum Beispiel Spinat, Artischocken sind die Hölle und wenn ich schon daran denke, ist Brokkoli Kriegskotzeitsalter. Es ist so widerlich. Und, ähm, ja, ich bin 1,60, 1,63 groß, gehe in die 6. Klasse, bin 1,5 Jahre alt, das hatte ich schon gesagt. Ähm, ähm, was hört mir noch so ein. Mein Lieblingstier ist ein Lübe, ähm, ähm, mein Vorbild-Youtuber ist LionTV und bei Gibi und sein Mitgestion Sascha und Paola. Deswegen habe ich sie auch bei meinem letzten Video vor 5 Minuten in die Infobox geballert. Und, ähm, ja, wir können ja mal schauen, nachschauen. Oh, alles easy, pleasing, cheesy. Ähm, ich bin ein großer Fan von meiner Lehrerin, ja. Und, äh, ich mache gerne Deutsch und Sport. Ich bin nämlich in einer sportlichen Klasse. Was man nämlich nicht ansieht, wie in meinem fetten Bauch hier. Oh, schaut ihn mal drüber an, ey. Das ist jetzt nicht, nee. Ähm. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich mir sagen soll. Ähm, so, ähm, ich überlieg' gerade sowas so meine Sachen. Als mein Lieblingsfilm, ja, mein Lieblingsfilm, ist Breaking Bad. Das ist so ein geiler Film. Oder Bad Teacher von Justin Timberlake und so. Der so geil. Ich hasse auch Korottensaft, LionTV, da sind wir also Timo, da sind wir uns nicht so einig. Und, äh, ich hab's nicht mit. Ähm, ja. Ich hab's schon mal, Simon ist auf der Straße gesehen. Er hat aber mich nicht gesehen. Ja, schade. Ich bin da mal nicht schon hingerannt, weil ich hasse auch so manche Fans, ich hab's immer so ausdicken, wenn die in den Lieblingsfilm. Ja. Ja, das war's, ich hab's schon über mich. Und bis dann, der Buchpanel. Tschö. 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 Tschö.